Am Freitag, den 6.11.2020, um 12 Uhr findet im Amtsgericht in der Stuttgarter Straße 9 eine öffentliche Verhandlung wegen der Maskenpflicht an der DAA in allen Stadt. Eine junge Frau darf trotz Erfels des Hausarztes nicht am Unterricht der DAA-Wahlen teilnehmen. Es werden sicherlich viele leidtragende Personen ins öffentliche Verhandlung kommen, um die Verhandlungen beizusitzen bzw. beizustehen. Stefan Leif wird fortberichten.